Herzlich willkommen zu dem Einstiegsvideo für das Kapitel Deskriptive Statistik 1 Daten visualisieren und zusammenfassen. Dieses Video ist Teil der Veranstaltung Statistik für Wirtschaftswissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. In diesem Kapitel werden wir zuerst ein kurzes Schlaglicht auf die Bedeutung Deskriptiver Statistik werfen. Anschließend steigen wir mit der Darstellung von Rohdaten in Form von Urlisten ein und einer Diskussion der damit verbundenen informationellen Komplexität. In Unterkapitel Deskriptive Statistik 1.2 gehen wir über zur Betrachtung der Häufigkeiten einzelner Merkmalsausprägungen in Form von Frequenztabellen. In dem Unterkapitel DS 1.3 werden wir uns dann die Visualisierung dieser Häufigkeitsverteilung mithilfe von sogenannten Säulendiagrammen und Histogrammen anschauen. In DS 1.4 werden wir den Nutzen, die Notwendigkeit und auch die Risiken bei der Benutzung einzelner Maßzahlen für die Beschreibung von Daten im Allgemeinen diskutieren. Im Unterkapitel DS 1.5 werden wir Maßzahlen für die Lage, insbesondere das arithmetische Mittel, den Median und den Modus näher beleuchten. Im Unterkapitel DS 1.6 betrachten wir anschließend Maßzahlen für die Streuung, insbesondere die Varianz, die Standardabweichung und den Interquatilsabstand. Und im letzten und abschließenden Kapitel DS 1.7 werden wir uns dann mit einer weiteren Form der Visualisierung von Daten, den sogenannten Boxplots, auseinandersetzen. Einsteigen möchte ich jetzt, bevor wir uns mit dem inhaltlichen statistischen Teil befassen, mit ein wenig historischem Hintergrundwissen. Damit möchte ich illustrieren, warum deskriptive Statistik wichtig ist, möglicherweise der wichtigste Teil dieser Veranstaltung. Und warum im Allgemeinen die deskriptive Statistik wahrscheinlich in der Praxis die einflussreichste Form der Statistik ist. Diese kurze Geschichte dreht sich um eine beeindruckende Frau, die nicht nur für uns StatistikerInnen eine fundamental wichtige Rolle gespielt hat. Die StatistikerInnen und Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege, Florence Nightingale, deren Porträt hier abgebildet ist und deren Namen sie sich merken sollten und den sie entsprechend hier noch einmal extra eingeblendet sehen. Als KrankenpflegerInnen in einem britischen Militärkrankenhaus des 19. Jahrhunderts erlebte Florence Nightingale nicht nur den Horror des damaligen Krimkrieges hautnah mit. Sie stellte auch fest, dass im Krieg zwar die Kämpfer an sich eine, ja im wahrsten Sinne des Wortes, mörderische Angelegenheit sind und massenhaft Todesopfer kosteten, aber dass den Todeszahlen zufolge die sanitären Zustände in den Feldlazaretten und Militärkrankenhäusern damals noch tödlicher waren. Entsprechend plädierte sie frühzeitig für eine stärkere Beachtung der Hygiene, was zuerst jedoch auf wenig Resonanz stoß. Ihre Einwürfe wurden vom damaligen leitenden Arzt des britischen Gesundheitswesens, John Simon, in recht brüsker und ignoranter Weise abgetan. Denn bedauerlicherweise wollten damals mächtige Männer in der Regel nicht genötigt werden, einer klugen Frau zuzuhören. Und als Randbemerkung wage ich zu behaupten, dass dieses Problem weiterhin auch noch heute an verschiedenen Stellen bestehen mag. Doch anstatt es auf sich beruhen zu lassen, opponierte Florence Nightingale gegen die Ignoranz der Männerwelt mithilfe der Macht der deskriptiven Statistik und nutzte dafür die hier jetzt abgebildete Grafik. Die Grafik stellt die Anzahl der Toten in den jeweiligen Monaten des Krimkrieges dar, wobei ein größerer Keil mehr tote Soldaten bedeutet. Da die textliche Beschreibung in der Grafik nur schwer zu erkennen ist, nutzen wir im Folgenden nun eine leicht adaptierte grafische Darstellung. Die roten Anteile der jeweiligen Keile symbolisieren die Toten, welche direkt auf Verwundungen im Zuge der Kampfhandlung zurückzuführen sind. Die blauen Keilstücke stellen die Toten aufgrund einfach verhinderbarer bakterieller Infektionen. Mangels ausreichender Hygienestandards in den Lazaretten und Krankenhäusern dar. Die schwarzen Keilstücke beziffern die verbleibenden Toten, deren Tod auf keine der beiden Ursachen zurückzuführen ist. Wie die Grafik zu entnehmen ist, sind die blauen Keilstücke deutlich größer als die Verboten, insbesondere im ersten Jahr des Krieges, in denen die sanitären Verhältnisse noch schlechter waren als im zweiten Jahr des Krieges. Somit ist diese Abbildung zu entnehmen, dass es nicht die Verletzungen im Kampf waren, die den meisten Soldaten der britischen Armee das Leben kosteten, sondern die unzureichenden hygienischen Zustände bei der medizinischen Versorgung. Und selbst jene, die den Beobachtungen einer klugen Frau keinen Glauben schenken wollten, hatten der empirisch fundierten und grafisch überzeugenden Argumentationen von Florence Nightingale schlussendlich wenig entgegenzusetzen. Im Zuge dessen wurde im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzung und glücklicherweise auch darüber hinaus der Hygiene bei der Krankenversorgung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Somit hat Florence Nightingale zum einen für die Krankenversorgung sehr viel erreicht. Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Leben sind dank des Bewusstseins für die Relevanz von Hygienestandards dem allzu frühen Tode entronnen. Und zum anderen hat Florence Nightingale die Statistik und den Nutzen der Visualisierung empirischer Darstellung wegweisend vorangebracht. Ich hoffe also, dass Sie zum einen mitnehmen, dass Sie den Worten kluger Frauen oder Frauen im Allgemeinen zuhören sollten, statt auf ignorante, maskuline, weiter so Parolen zu bauen. Und zum anderen hoffe ich, dass dieses Beispiel verdeutlicht hat, welchen Nutzen die deskriptive Statistik beim Vertreten eines Standpunktes haben kann. Wenn Sie in der Lage sind, bestimmte Sachverhalte grafisch oder über andere Methoden der deskriptiven Statistik gut aufbereitet darzustellen, verleiht dies Ihren Vorschlägen mehr Gewicht. Und gerade wenn Ihr Wort im Rahmen Ihres Studiums, eines Praktikums oder im Berufsstart vielleicht noch nicht so viel Gewicht hat, kann eine gute Anwendung deskriptiver Statistik dabei helfen, dass Sie Ihre Zuhörer von Ihrer Sache überzeugen können. Kurzum, deskriptive Statistik hat historisch in der Medizin eine sehr wichtige Rolle gespielt und seit dem Wirken von Florence Nightingale spielt sie bis heute eine fundamental wichtige Rolle in statistischen Anwendungen. Und wenn Sie in der Lage sind, die deskriptive Statistik richtig zu nutzen, kann diese für Sie in Zukunft eine wichtige, möglicherweise sogar wegweisende Rolle spielen.